Major Crimes Marcella Brewster vererbte alles ihrem Hund Er ist nicht nur tot, er ist ein Mordopfer Jetzt starb er durch Gift Ich habe Grund zu der Annahme, dass Marcella und dieser Hund auf die gleiche Art gestorben sind Mrs. Brewster ist gleich nach ihrem Tod eingeäschert worden Doch ein Teil von ihr ist noch da Um die Vergiftung beweisen zu können, brauche ich einen Durchsuchungsbeschluss für Marcella Brewsters gefrorenen Kopf Major Crimes Mittwoch, 22.10 Uhr